Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Cris Tales. Ja, wir haben alle Materialien zusammen, um halt das Glasbild wieder fertig zu stellen. Nur in der letzten Folge, kurz vorm Abschluss, sind ja hier Monster aufgetaucht. Und jetzt müssen wir erstmal herausfinden, warum die überhaupt hier sind. Und was machen wir jetzt mal? Boah, hier ist alles okay. Moment, ich habe aber noch eine Sache. Und zwar, wir haben ja einen neuen Gruppenmitglied. Also, den Cyborg. Aber ich möchte Wilhelm lieber dabei haben. Alleine schon wegen der Analyse. So. Hallo, Mr. Rojo. Wir haben das Mineralwasser gebracht. Well, ich sehe, Sie sind so gut wie Ihre Worte. Es ist schön, zu sehen, dass jemand hier oben ist. Wie lange, du denkst, die Verkaufungen dauern? Hm, ich denke, ich denke, es sollte zu lange sein. Halt einfach fest. Oh, sehr schnell dann. Oh. Dann machen wir das mal. Mal sehen, was jetzt passiert. Es funktioniert. Es funktioniert. Das bleibt nur zwei kathedralen. Eine in Cinder und eine in Crystallis. Also, ich denke, wir haben noch ein bisschen Unfinished-Business hier. Oh. Uncle Wilhelm. Hier bist du. Oh, uh, hi, Risa. What are you doing here? She just said she was looking for me. What is it, Risa? Is everything okay? Not exactly. The memorial service for Mom is about to start. But I'm worried that our dear Auntie Rallis is going to try something. Lucio and I haven't found any concrete evidence to use against her yet. But after what we all saw in the museum... I just know she had something to do with Mom's death. I see. Crispel, I knew Gladys for a long time. She was more than just a close friend. She was like a sister to me. I'd really like to attend this memorial service. And maybe we can help straighten out whatever's going on with them. Say no more, Maestro. We understand. And Risa, of course we'll help. Great. The memorial service is being held at the Orowitz mansion on the north side of town. I'll see you all there. Then we'll do that again. Oh, look. So she looks like she's young when she's young. Okay. Uh. Look, you don't see how she's young. I'll see you all there. Okay. We'll go first of all there. I'll see you all there. I'll see you all there. What's here? The twerp, I believe I? Hold on. Yeah, is ja gut. Ähm, dann schaue ich mir halt nicht an, was da noch ist. Also ich weiß ja, was da ist, aber bei ihm findet man einfach nichts. Oder er hat einfach keine Quest, die man aufgeben könnte oder wie auch immer. Ja, das ist halt komisch, dass man da links kann, ohne dass halt irgendwas passiert. Das würde ich eigentlich nur damit sagen. Ich weiß nicht, was da ist, 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 was da ist. Es ist nicht das gleiche mit mir, als es mit dir ist. Wenn ich wirklich eine Person kenne, dann ist das genug für mich. Dann... Das klingt wirklich schade. Ich fühle mich nicht so. Nachher alles, Menschen haben so kurze Leben, dass es immer neue Menschen gibt, die zu wissen. Ja, da ist was dran. Also ich kann ihn schon verstehen. Wenn man jetzt ewig lebt und halt nicht stirbt. Ach, guck mal. Ein anderer Sundarian. In Tulira? Was? Sorry. Ich war einfach... Ich war einfach... Ich war einfach... ...hier auf Josef. Was? Nein! Ist das so... ...obbius? Nur für diejenigen mit Augen. Du hast sicherlich gestartet ihn. Ignorieren ihn. So, you're in love with... Joseph, is it? Shh, he might hear us! Doubtful, he appears to be as focused on himself as you are on him. No, that's not how Joseph is! At least, he didn't used to be. What do you mean? We were very close when we were little. He was actually the only one who treated me nicely when I got here. I just don't know, what's happened. Do you think you could speak with him? Well, he was my student. I suppose I can talk to him. But that's not the Joseph I remember. Hmm, also muss irgendwas passiert sein. I know, he's changed, but... Deep down, he's got to be the same person. It's just that... Ever since his mother died, he... It's all that Oroiz's woman's balls. She even stole my mirror. Gladys? No! Miss Gladys was so supportive of him. Of us! I mean, Roilus. I see. Fear not! What nobler cause could there be than true love? Sacred duty. Humoring a lovesick girl, whose notable skills include staring at people for an uncomfortably long time and misplacing mirrors? Boah, ist der gemein. Nein. Stopp. Things never get better when you speak. I'll go talk to Joseph. Ja, dann machen wir das doch mal. Ist ja nur direkt nebenan. It's been a long time, Joseph. Master Wilhelm. You're back? Are you tutoring anyone else? Risa could certainly use some help. She's been worthless since mother died. Boah, ist der ein Arsch. Hm. Has she also forgotten her manners? Or is that just you? Whatever. What do you want? From you? It appears you have nothing of any worth to give. Unfortunate. Then go away, fool. Who asked you to come back anywhere? I... Stopp, boy. Words won't work. However, there might be something we can find to help change his attitude. But where do we start? Saul said Joseph hasn't always been this way. Especially not with her. Perhaps we should see for ourselves. Matthias? An excellent idea. To the past I go. Ja, dann machen wir das doch mal. Äh, ab in die Vergangenheit. So. Er ist zwar nicht der Schnellste als, äh, Kaulkuappe. Aber kurz. Stopp, that! Why are you treating Saul that way? That's not like... But Mother! She's a Cinderian! The twins were mocking me for being friends with her! It doesn't matter where she's from. You know that. And since when do you pay attention to what they think anyway? Ignore all of that. Do you like this girl? I do. Hmm. Then stop being such a ridiculous brat and go to her! Here. Give her this. A mirror? A very special mirror. If you focus, it can show you a vision of the future. Huh. It's not working. Wait. I see. That must be the mirror that Saul said Rallus took. Hmm. I think it's the mirror that we found. Interesting. From what we've heard, the mirror was imbued with powerful magic. Ah. In its current state though, it's worthless. Ich überlege gerade, wo wir den Spiegel nochmal her hatten. War der nicht in den Katakomben? Oder in sein Haus? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. It needs to be repaired. We could ask Rojo. No good. He's got his hands full, repairing the mirror. Then what about his son? Rojizo, I think it was? Chris Bell's right. Maybe we should try talking to him. Then let us speak with Rojizo. Dann machen wir das doch. Der ist ja auch hier nebenan. Da ist er. Oh, you're the outsiders that dad gave the tools. What can I do for you? Hello, Rojizo. We were wondering if you could help us fix this mirror. I'm not as skilled as dad, but I'm pretty good with glass. Let me take a look. Interesting. It's not like anything I've ever seen, but it's familiar. I think I've read about this in a book before. Is this a magic mirror? Correct. You're well versed into liran artifacts. Do you think you can repair it? I have most everything here, but I remember thinking you would need something peculiar to create a mirror like this. So, to fix it, you'd need that too. What was it? I suspect you're thinking of rainbow water. Rainbow water? Yes, exactly. I had forgotten. Wonderful. What you have forgotten is only the single most important component. This does not bode well. However, let me give you some insight. Oh, no. Here's where he... Agua Prisma, or rainbow water, is a crucial component in the creation and repair of certain objects imbued with time magic. Because the rainbow water itself is infused with the magic of the mineral pools, it is uniquely suited to contain the powerful time energies required. Oh, interesting. So, can you get some of that stuff? Indeed. We already gave your father the samples he required. Getting more will be no trouble. Great. I'll get everything ready and we can start when you bring back the sample. Heißt das, ich muss jetzt wieder dahin? Oder muss ich jetzt zu dem Vater? Hmm. Mal gucken. Ich glaube, ich kann auch neue ausmählich meine Waffen wieder verbessern, glaube ich. Hoffe ich. Ach, den habe ich ja schon auf Max. die noch nicht. Ähm. Ach guck mal, machen wir, stecken wir doch mal seine Handschuhe. Ja, das reicht erst mal. Ja. Ähm. Ach guck mal, da ist noch eine Quest. Die nehmen wir doch auch mal direkt an. Hm. Ist da etwas, das dich beschäftigt? Was? Oh, bitte, nicht mich beschäftigen. Ich arbeite an etwas extrem wichtiges. Okay. Hm. Äh. Das ist das leidste wichtigste, was du brauchst. Ich bin nicht hyperbolic. Es gibt keine weniger wichtigste Dinge als das. Niemals. Ich habe das fast verstanden. Ich weiß! Ist das nicht unglaublich? Das wird für alle in der Stadt leben. Wow. Auch besser! Seitdem ich weiß, dass ich so eine Erinnerung auf alle Kinder gemacht habe, warum würdest du mir helfen, diese Zukunft zu schaffen? Warum? Weil nichts anderes zu tun ist empirisch wichtiger. Ich... Dann, du wirst es? Schleifend! Ich habe von überall in der Stadt gefragt, aber nicht jeder hat mir noch ihre Beiträge gegeben. Wenn du es alle umgekehrt könntest, und sie für mich holst. Aber wir... Zeit ist verletzt. Los, schau! Aber... Stopp! Keine Angst, Crisbell. Wir wurden ausgewandert. Lass uns die Rippen und damit fertig sind. Das klingt großartig. Mal sehen! Der Verkaufsgericht hat mir eine Rippen. Das klingt wie ein paar der Studenten an der Universität. Brandon hat die letzte. Er ist bei dem Zentralmonument. Ich bin sicher, es wird keine Probleme für dich, die junge Helden zu schrafen. Es gibt sogar eine Reward in dir. Jetzt, schau! Oh Mann! Wie gesagt, würde es keine Belohnung geben, würde ich es nicht machen. Der Ladenbesitzer... Ähm... Was ist der hier? Wir haben ja keinen anderen Laden, dann muss das ja der hier sein. Ne... Ne... Sprechen vielleicht... Ah! Hallo, Elisabeth! Hast du irgendwelche Dekorations für eine Paradekarte? Miss Drina... Oh! Die Dekoration, die Miss Drina gefragt hat, Meow! Meow? Hast du eine Rippen für ihr? Du kannst das sagen. Oh! Dann gehst du! Meow! Meow! Okay! So, eine hätten wir schon mal. Dann müssen wir nochmal die Studenten fragen jetzt. Die waren ja hier rechts. Ich weiß doch nicht, ob Steve waren. Hey, Kinder! Kannst du mich rauskommen? Entschuldigung? Ich habe mich für eine Rippen. Eine schöne Rippen. Eine wirkliche Rippen. Ich meine... Es muss fantastisch sein. Du weißt? Du wirst mich überrascht. Ich meine das. Was er wollte sagen, ist... Wir helfen Drina Dekorator-Float. Sie sagte, du hast ihr eine Rippen? Oh! Wir haben das komplett überrascht. Entschuldigung. Können Sie das bitte an Frau Drina für uns handeln? Danke! Haben wir jetzt schon alle Schleife zusammen? Ich könnte ihn nochmal fragen. Sie war eine gute Person. Sie lief sogar natürliche Magie. Okay. Dann hätten wir schon alle zusammen. Ich frage mich, ob wir die Stadt auch noch retten können. Vielleicht, wenn wir die Quests weiterverfolgen. Weil... Die Zukunft sieht ja sehr kalt aus. Es ist ja jetzt schon sehr kalt. Na komm, dann gehen wir mal wieder zu ihr zurück. Äh... Ach ne, sie war ja eine Etage über uns. So, hier war sie. Es wird einfach perfekt sein. Es wird nicht so kalt. Es wird nicht so kalt. Es wird nicht so kalt. Äh... Noch eine Parade. Große Parade. Wer ist Schleim von den Studenten? Brennan und Elizabeth... Brennan und Elizabeth? Okay. Wer sind denn diese Studenten? Moment. Aber ich habe die doch schon angesprochen. Ähm... Oder die hießen jetzt anders. Okay. Habe ich noch irgendwelche Studenten vergessen? Muss ja wohl dann. Mal gucken, welches könnte das denn sein? Ähm. Ne, hier haben wir jetzt keine Studenten mehr. Ne. Brandon und Elizabeth. Ach, jetzt ist sie nur noch hier alleine? Okay. Hm, lassen wir sie erst mal hier alleine. Ähm. Wo sind die denn? Oh. Ähm. Ich wollte euch gar nicht... Das wollte ich jetzt gar nicht. Oder ist das vielleicht... Moment. Da liegt ja hier... Eigentlich liegt irgendwas in der Vergangenheit. Ach, guck mal einen an. Die sind ja... Hä? Ich bin gerade verwirrt. Ach ne, in der Zukunft werden sie nicht angezeigt. Was liegt denn da in der Zukunft? Nein. Oh, Mann. Ja, ist okay. Äh. Ach so. Ja. Ja, ist okay. So. Ähm. Moment, jetzt nochmal. So, was liegt da jetzt? Was doch immer da liegt. Ich kann's nicht eins an. Okay. Waren denn jetzt noch Studenten? Jetzt muss ich mal genau gucken. Okay, von ihm kriege ich nichts. Es ist zu schlecht, dass nur Erinnerungen in Sapphires gegründet werden können. Ich glaube, nein. Hm. Aber ich hab doch jetzt schon... Moment. Wer sind die denn jetzt? Äh. 610. Hm. Das steht doch... Hat er jetzt gerade den Besitz? Hm. Ach, da steht's ja. Warte mal. Ich hab die Vögel. Nee, der war das nicht. Okay. So, keine Steife. Zugzwang in Arbeit. Was müssen wir denn hier? Vorher sagen wir mal die... Achso, das war das. Bitte Erinnerungen. Oh, Mann. Das muss ich auch noch machen. Äh. Ach, so viele Quests noch. Aber wo sind jetzt diese Studenten? Ich hab... Ich hab die da oben angesprochen. Aber anscheinend waren die das nicht. Hier sind ja auch keine Studenten mehr. Ah. Stimmt, das war der Händler. Mein Gott. Jetzt, wenn du mich entschuldigst, ich hab viele Dinge zu tun. Das sind sie alle. Lass uns zur Drina zurückkommen. Ja, machen wir das doch. So, mal gucken, was die... Was jetzt kommt. Miss Drina? Miss Drina? Wir haben deine Ribbons. Oh, Magnificent! Jetzt für die Final Touches. Das ist es. Da wir gehen. Es ist fertig. Komm schon. Das geht. Das Float kann nicht in der Parade alone sein. Nein. Warte! Warum uns? Ich bin ein Artist, nicht ein Unternehmer. Mein Genieus nimmt sich hinter den Szenen Platz. Jeder kann die Flasche fahren. Und das ist dich! Ich glaube, es würde nicht funktionieren. Was sagst du, Crisbell? Ich glaube, wir können Frau Drina mit dabei helfen. Welchen Schmerz könnte sie tun? Dann ist es fertig! Auf die Show! Okay, Wilhelm macht nicht mit. Das war großartig! Die Leute könnten ihre Augen aus meiner Flasche nehmen. Ich wusste, es wäre ein Wunsch. Es ist eine neue Ebene in Parade-Technologie. Soon werde ich derjenige für die ganze Parade sein. Ah, danke. Ich weiß nicht, was würde passieren, auch wenn ihr alle habt, eure kleine, fast unkonsequentiale Part. Genau. Insofern, du hast, äh, Rewarden erwähnt. Ah, natürlich! Hier, mein Gift an dir! Flammanhänger, okay. Well, I'm certainly glad we were able to help Miss Drina. And writing on that float was kind of fun. What a curious experience that was. But I cannot deny, it was enjoyable. That's enough reminiscing. We still have more important matters to attend to. Ähm, Ich hatte nur eine Sache vor. Und zwar wollte ich jetzt noch mal in den ... Bevor ich das Spiel beende. Weil es Zeitquests zu machen wird so ein bisschen länger dauern. Die andere zumindest. Weil ich glaube da muss ich zurück zu dem Regenbogen sehen. Ich wollte noch mal hier rein. Da ich ja gerade noch eine gesehen hab. Ich hab ja noch eine Quest offen. Da wollte ich jetzt mal nachfragen. Was ist das? Okay, um... Okay. A projector. A hologram. A recording from the past. Of Gladys and the Twins, it appears. Activate it! Activate it! Hmm. So there you go. Do you have the written? Huh? It appears it's been partially corrupted. Where did you put the book, Irva? I hid it in the museum, idiot. No one will look for it there. Are you sure? Pretty sure. Besides, after I burned it, it looked like every other piece of old trash. What about the ring? You'll love this. What? You know the statue in the middle of the plaza? Obviously. I stuck it in a small hole under one of the pillars. A small hole under one of the pillars. Okay. And no one will find it there. Nice. Wait, we left this thing on. The projection ends there. So the ring is in the statue in the middle of town? That doesn't seem too difficult. Let us go, friends! Nice. Yeah, machen wir das doch noch eben, bevor wir zum Abschluss kommen für die Folge. Also, das ist jetzt nicht der Platz. Ich hab jetzt gesagt... Moment. Hä? Moment. Ist das doch vielleicht hier drin? Bei draußen? Nee, hier auch nicht. Kann ich hier hoch? Nee, anscheinend jetzt nicht. Da auch nicht. Hä? Moment. Das möchte ich jetzt aber echt noch rausfinden. Teil das Säule. Irgendwie finde ich gerade diesen Platz nicht. Moment. Da muss ich mal kurz gucken. Der ist abgeschlossen. Was ist das? Die Statue wurde zu Ehren errichtet, die einen Teil der prästorischen Vergangenheit von Tollira retten konnte. Hm. Okay. Ähm. Auf dem Platz unter einer... Ach, da geh ich da rein. Okay. Nee, hier war das jetzt nicht. Wo soll denn das denn jetzt sein? Hab jetzt nicht ganz verstanden. Also, wenn ich jetzt hier runtergehe... Ich bin jetzt nicht mehr so weit weggehe... Ich bin jetzt nicht mehr so weit weggehe... Oh? Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Oh! Ah, das ist das Ding. Gut gemacht, Christel. Will du die honnere? Natürlich, Maestro. Let me take a look at it. I decided to try again today. They're my children. I can't give up. I'll get through to them, no matter what it takes. I had another discussion with Arvo and Erva today. Although it turned into more of a fight, to be honest. I tried to talk to them, but they just wouldn't listen. Still, I've got to find a way to get through. I'm at my wit's end. I'm not entirely sure what to do. I think... I think I'm going to try putting them in charge of the new renovation fund I'm establishing. Maybe if they see for themselves how our money is improving the city, it will change their perspective. I told Arvo and Erva about the fund. For the first time in a long time, they didn't argue. Maybe we are making progress. Seems like their relationship was bumpier than they let on in public. This also seems like an unlikely way for a dispute to be resolved. I agree. This probably wasn't the end of their troubles. So, what should we do now? Perhaps we should speak with the mother superior again. And tell her we were able to open the diary. Just like for you, probably. We've had sex.